Hallo und Willkommen! Sie können das Spiel live verfolgen auf dem Kanal. Das erste, freie Kanal, den Erstrunden-Match des Der Deutsche Pokal. SC Preußen, 06 Münster, VfB Stuttgart. Diesen Dienstag, 27 August 2020, um 20.05 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!